Schön, dass du dabei bist bei einem neuen Video rund um Notion. Heute möchte ich dir einen Weg aufzeigen, wie man komplexere Projekte in Notion sehr übersichtlich bearbeiten kann. Nicht nur alleine, sondern auch im Team. Und zwar möchte ich dir das anhand eines Beispiels aufzeigen, wo mehrere Schritte innerhalb einer Kampagne notwendig sind, die wir als Projekt deklariert haben. Und so aber nicht den Überblick über verschiedene Deadlines verlieren. Ich switch mal kurz auf meinen Bildschirm. Ihr seht das hier, Black Week Cyber Monday Kampagne und die sieht schon ganz schön wild aus. Zumindest auf den ersten Blick, aber eigentlich ist das alles sehr schön strukturiert und ihr werdet gleich feststellen, wieso das gar nicht so wild ist, sondern eher sehr strukturiert und ein guter Weg, um eine Kampagne mit mehreren Teilschritten vielleicht einfach übersichtlicher darzustellen. So, fangen wir zunächst mal mit den Erklärungen an. Was habe ich vor? Es gibt mehrere Kampagnen innerhalb der Black Week, die wir umsetzen wollen. Und ihr seht schon, es sind sehr, sehr viele Kampagnen. Und wenn ich diese Kampagne in dieser Hauptkategorie, auf dieser Hauptpage implementieren wollen würde, das habe ich im letzten Jahr noch gemacht. Das ist auch nochmal ein Beispiel dafür, dass Notion nie still steht, sondern dass es immer eine Weiterentwicklung geht oder gibt. Und da hätte ich das jetzt wie folgt gemacht. Ich hätte jetzt zu jeder Kampagne mir ein Toggle erstellt und hätte dann innerhalb dieses Toggles die Kampagnenarten, zum Beispiel Newsletter-Versand, entsprechend hier aufgenommen und hätte das dann entsprechend gefüllt. Ich hätte mir auch eine Tabelle machen können, aber so habe ich es im letzten Jahr gemacht und habe dann alles zum Thema Newsletter-Versand entsprechend aufgenommen. So, das war die Vergangenheit und ich habe es jetzt anders gemacht und wir haben es im Team jetzt anders gemacht. Es sind auch mehrere Personen an dieser Kampagne beteiligt. Das ist alles noch in Planung. Ich wollte es aber euch einfach nur mal zeigen. Also auch hier gibt es ganz normal den Status und hier der Unterschied zu der normalen ist Campaign Parent, Campaign Child. Campaign Parent sind, wenn es noch andere Hauptkampagnen geben würde, neben dieser, weil das ist schon die Hauptkampagne und Child sind letztendlich die dazugehörigen Teilprojekte oder Teilkampagnen-Phasen, Schritte, wie auch immer ihr das nennen wollt. Und die habe ich entsprechend aufgeteilt. Es gibt eine Deadline für die Hauptkampagne und darauf bauen dann auch die Subkampagnen entsprechend auf. Und es gibt Checklisten, es gibt die Quelle, es gibt mehrere Quellen, es gibt auch mehrere Content-Arten, die wir bespielen. Es gibt eine entsprechende Landingpage dazu, eine Haupt-Landingpage und, und, und. Und eben dann für später nach der Kampagne die Auswertung, Checklisten für die einzelnen Bereiche, Grafiken, die wir verwendet haben im letzten Jahr, die wir jetzt im neuen Jahr aufbauen wollen und, und, und. Wie habe ich das jetzt gemacht? Da gehe ich einen Schritt zurück und zeige euch das. Ich habe mir einen Filter gebaut, beziehungsweise mit folgendem gearbeitet. Das zeige ich euch vielleicht noch als allererstes. Und zwar dieses Kampagnen-Schalt ist nichts anderes als eine Relation, die ich hier entsprechend aufgebaut habe und dann entsprechend so benannt habe. Und der schöne Vorteil ist, ich habe es hier schon mal gemacht, in meinen Kampagnen habe ich verschiedene Filter und es gibt diesen einen Black Week. Und den habe ich wie folgt jetzt dargestellt. Ihr seht die Hauptkampagne ganz oben. Black Week, Cyber Monday, Hauptkampagne. Ist auch so entsprechend hierarchisch genannt. Und dann gibt es ganz viele Subkampagnen, die eben dazugehören. Ich hätte die eben, das ist genau das, was ich meinte, die dann in Relations wieder erstellt sind. Und diese Subkampagnen haben dann wiederum einzelne Deadlines, die wichtig sind, damit die Hauptkampagne funktioniert. Mit Statusangabe, Quelle, Content-Medium, wer die Bearbeiter sind und, und, und. Und so habe ich die Möglichkeit, das nicht in Toggles zu fassen, sondern zum Beispiel gehe ich mal einfach in den Newsletter rein, dass ich mir jetzt innerhalb dieses Subprojektes weitere Pages anlegen kann, wo alle Informationen, wo der Content, die Werbemittel, alles, was dazugehört, eben in diese Page reinkommen, beziehungsweise, wenn man so will, in diese Subpage von der Black Week, ebenfalls die Black Week Newsletter. Auch hier dann der Bearbeiter, wer das ist, Status. Und da kann man dann auch mit unterschiedlichen Mitarbeitern, das werden wir auch tun, wir sind gerade noch in der Vorbereitungsphase, werden unterschiedliche Mitarbeiter an unterschiedlichen Teilbereichen arbeiten können. Und das ist natürlich im Team genau das, was man will. Wo man entsprechend oder jeder auch seinen eigenen Bereich vielleicht hat. Der Vorteil ist, ich kann das hier aufbauen, kann hier zum Beispiel, wenn wir beim Newsletter sind, die entsprechenden Newsletter, die wir bei unserem E-Mail-Anbieter haben, vorbereiten, kann die Links hinterlegen, die Werbemittel, den Text, also auch das Konzeptionelle und, und, und. Habe hier entsprechend dann die Teilaufgaben, die ich mir hier reinlegen kann. Und das Schöne ist, und das ist dann auch nochmal die Übersicht, gerade wenn man im Team arbeitet, dass ich dann auch, ich sage jetzt mal, subprojektbezogen entsprechend kommunizieren kann. Also hier kann ich dann in die Kommentare das reinpacken, bezüglich des Newsletters. Und nicht in der Hauptkampagne, wo alles drin ist. Und wenn man da mit mehreren Leuten arbeitet, und ich glaube, es sind 10, 12 Subkampagnen, wir sind noch gar nicht fertig, dann verliert man einfach extrem schnell den Überblick. Und so habe ich das schön in einer Gesamtübersicht. Also wenn ich das mal sehe, hier habe ich viel mehr normalerweise an Kampagnen, habe eine Boardview mir erstellt, habe eine Deadline, da ist der gesamte Contentplan hinterlegt. Und dann eben nur speziell für größere Kampagnen eben diese Filterung. Wie habe ich die gemacht? Beziehungsweise wie haben wir die angelegt? Ganz einfach eigentlich, wo dann entsprechend Kampagnen beziehungsweise Contains Black Week or Name Contains Black Week Cyber Monday und und weiter. Und das sind dann letztendlich die Bereiche gewesen, die wir gefiltert haben. Überall, wo Black Week Cyber Monday drin vorkommt, ist gefiltert worden. Und so habe ich dann die Möglichkeit, das entsprechend umzusetzen. Dann habe ich noch eine Sortierung nach der Hierarchie beziehungsweise als zweites die Deadline. Die Hauptkampagne soll oben sein. Die ist natürlich dann die letzte Deadline. Von daher macht das auch einfach Sinn, das zu machen. Und dann eben die weiteren Deadlines, je nachdem, wie die geplant werden müssen, mit welcher Vorlaufzeit und so weiter und so fort. Auch Korrekturschleifen. So ist damit alles berücksichtigt. Und so habe ich eine wunderbare Übersicht. Ihr seht es hier insgesamt sind es zwölf Teilkampagnen mit der Hauptkampagne insgesamt. Das werden noch mehr. Das ist jetzt nun mal so der erste Aufschlag, wo ich euch einfach zeigen wollte, wie man auch größere Kampagnen in Notion sehr, sehr einfach strukturieren kann. Die Basis ist eine Database, wo alle Kampagnen drin sind. Ich habe meinen Redaktionsplan mittlerweile drin, meine Online-Kampagnen. Da ist alles drin. Entsprechend verschlagwortet mit Text, sodass ich also immer das, was ich benötige, mir aufrufen kann in der Table beziehungsweise, wie ich es hier gemacht habe, mit dieser Filtereinstellung. Gerade bei größeren Kampagnen macht das Sinn. Die kann ich auch wieder löschen, diese Filtereinstellung, wenn ich sie nicht mehr brauche oder wenn die Kampagne beendet ist. Und so habe ich immer den aktuellen Status da und kann im Team hervorragend strukturiert die Sub-Kampagnen quasi bespielen. Ja, das war mal, glaube ich, ein Video, was viele von euch interessiert hat. Ich hoffe zumindest, teilt mir mal eure Meinung mit, wie ihr das macht, ob ihr auch Notion für solche Kampagnenzwecke nutzt, ob ihr noch bei den klassischen Projektmanagement-Tools seid und wie ihr das mit den Relations macht beziehungsweise mit solch einer Projektübersicht. Das würde mich natürlich massiv interessieren und gerade auch hier freue ich mich auf den Austausch und in Kürze würde ich gerne auch noch mal ein Live-Video zu Notion machen mit vielen Fragen, mit vielen Themen. Auch da bin ich dankbar, wenn ihr mir in den Kommentaren entsprechendes Feedback gebt, was euch da interessiert, wo man vielleicht auch gemeinsam mal in den Dialog gehen kann. Also das würde mich freuen und ich würde sagen, danke fürs Zusehen, bleibt gesund und bis die Tage.